In Berlin bin ich verbunden mit Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Schöne Grüße in die Hauptstadt. Guten Tag. Herr Fried, beginnen wir mit Bundeskanzlerin Merkel. Sie selber haben gestern die Libyen-Konferenz beobachtet. Das war ein großes Risiko durchaus für Merkel und für Deutschland. Ist das jetzt die Rückkehr der Krisendiplomatin? Naja, sie hat ja über all die Jahre sich immer wieder mal in solche internationalen Konflikte eingemischt, in Anführungszeichen. Wenn Sie an die Ukraine zum Beispiel denken, das ist natürlich immer ein mühsames Geschäft. Und da ist dann so ein Gipfel natürlich ein besonderes Ereignis, wo alle draufschauen. Aber man wird eben erst in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch erst Jahren sehen, welchen Erfolg dieser Gipfel wirklich gezeitigt hat. Aber als erster Schritt war das sicherlich eine bemerkenswerte Leistung, dass sie all diese Teilnehmer nach Berlin gebracht hat und dass man sich auch auf eine Erklärung verständigt hat. Schauen wir ein bisschen weiter nach innen. Weniger gut läuft es für die Nachfolgerin von Frau Merkel im CDU-Parteivorsitz. Frau Kramp-Karrenbauer hat sehr miese Umfragewerte. Wie angezählt ist sie, wenn sie in dieses neue Jahr 2020 geht? Also ich würde sagen, sie stand schon schlechter da. Sie hat einen Parteitag in Leipzig Ende vergangenen Jahres überstanden. Nicht wirklich gestärkt, aber die CDU hat ihr zu verstehen gegeben, dass sie ihr eine weitere Chance gibt, gewissermaßen. Ich würde nicht unterschätzen, dass Frau Kramp-Karrenbauer, und das gilt genauso auf der SPD-Seite für Außenminister Maas, dass die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in diesen außenpolitisch sehr schwierigen Zeiten, in denen sie auch eine medial sehr starke Präsenz haben, an Zustimmung gewinnen dürften. Weil einfach beide in diesen außenpolitischen Themen sehr involviert sind. Und das dürfte sich dann auch auf die CDU-Vorsitzende auswirken. Und zum anderen ist es ja so, dass sie im Moment in der CDU schlicht auch konkurrenzlos ist. Das heißt nicht, dass sie besonders gut ist, sondern dass eben die Konkurrenten, die in Frage kämen, nicht besonders wirksam sind. Bedeutet das? Können wir daraus verstehen, dass zum Beispiel Friedrich Merz und seine Loyalitätsbekundung tatsächlich ernst zu nehmen sind? Da wäre ich sehr vorsichtig. Ich glaube, dass es in der CDU eine Entwicklung geben könnte, dahingehend, dass man sagt, der Herr Merz, der geht uns ein bisschen auf den Geist auch, weil er sich ja um die Mühen der alltäglichen Arbeit herumdrückt, aber immer dann die Hand hebt, wenn es interessante Posten zu vergeben gibt. Das war ja schon bei der Frage des CDU-Vorsitzes so, wo man konzedieren muss, dass er nur sehr knapp verloren hat, aber er hat verloren. Und dann eilt er jetzt von Auftritt zu Auftritt, was immer sehr schön ist, weil er ist ein guter Redner und bekommt dann da auch viel Applaus. Aber er bringt sich ja nicht wirklich in die Arbeit der Partei ein. Und kaum sagt die Vorsitzende, dass sie ein Spitzenteam aufstellen möchte für die nächste Bundestagswahl. Da ist Friedrich Merz der Erste, der sich meldet und sagt, da möchte ich auch mitmachen. Ich glaube, das geht der Partei allmählich dann hoffentlich auf die Nerven. Okay. Gut, das war eine klare Positionierung und wir mögen das, wenn Klartext gesprochen wird hier in diesem Format. Zwei kurze Punkte dürfen wir unter diesem Aspekt noch anreißen. Einmal Wahlrechtsreform, da gab es sozusagen eine vorsichtige Positionierung der CDU und sofort ein Veto der CSU. Also wie könnte das laufen? Wo könnte die Lösung liegen zwischen den Schwestern? Ich glaube, die CDU hat zwei Dinge verstanden. Zum einen, dass sie ihren Bundestagspräsidenten, der von der CDU gestellt wird, also von der Unionsfraktion, aber der CDU-Mitglied ja ist, dass sie den nicht weiter beschädigen kann in seinem wirklich redlichen und langwierigen Bemühen, eine Wahlrechtsreform, die kommen muss, auch wirklich zu bewerkstelligen. Und da hat die CDU jetzt die Einsicht gezeigt, dass es ohne einen echten Kompromiss nicht gehen wird. Und da wird eine Reduzierung der Wahlkreise dazugehören müssen. Das wird auch die CSU hoffentlich noch einsehen, denn ansonsten wird diese Reform scheitern. Und dann wird es möglicherweise einen sehr, sehr großen Bundestag bei der nächsten Bundestagswahl geben. Etwas, was den Bürgern gegenüber wirklich nicht mehr zu legitimieren ist. Unser Schlusspunkt, das wäre quasi Söder 2, wenn Sie so wollen, Kabinettsumbildung. Bleibt das mehr als ein Testballon oder kommt das? Ich glaube, dass eine Kabinettsumbildung kommt. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, in welchem Ausmaß. Ganz sicher wird Markus Söder früher oder später die Geduld mit Andreas Scheuer, dem Verkehrsminister, verlieren. Bisher hieß es ja immer, man wartet noch den Untersuchungsausschuss ab. Aber wir wissen alle, wie so Untersuchungsausschüsse laufen. Die einen sagen, er ist schuldig, die anderen sagen, er ist nicht schuldig. Aber die Popularität von Herrn Scheuer ist so im Keller, da ist nichts mehr zu retten. Und das weiß auch Markus Söder. Nico Fried, der Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und Einschätzungen heute hier bei Phoenix. Danke Ihnen.